Leistungstransformatoren sind kritische Komponenten der Elektrizitätsversorgung. Belastung und Umgebungsbedingungen beschleunigen die Alterung und den plötzlichen Ausfall. Bei fehlendem Monitoring der kritischen Komponenten besteht immer ein hohes Ausfallrisiko. Es liegt im Interesse der Betreiber, deren Langlebigkeit zu gewährleisten. Beinahe jeder Ausfall ist letztendlich auf den Ausfall des Isolationssystems zurückzuführen. Die Wicklungstemperatur ist der wichtigste Faktor. Wicklungstemperaturanzeiger werden normalerweise für den Betrieb von Kühlgeräten eingesetzt und wenn sie genau sind, lässt sich mit ihnen ein großer Temperaturausschlag minimieren und sicherstellen, dass die Kühlung nur wenn nötig arbeitet. Diese Fähigkeit kann durch den Einsatz von kommunikationsfähigen Temperaturüberwachungsgeräten gesteigert werden, indem das Gerät vom Einzelwächter in ein Temperatur-Management-Tool umgewandelt wird. Der ideale Wicklungstemperaturanzeiger wird das Verhalten der Wicklungen eines Transformators genau wiedergeben. Die höchste Temperatur sofort und unter allen Lastbedingungen anzeigen und entsprechende Kühlmaßnahmen einleiten. Mit der Gerätegeneration M-Tec erfüllen wir diese Anforderungen und einiges mehr. Eine ungenaue Temperaturüberwachung kann bei einigen Transformatoren zu Hotspots und bei anderen zu unnötig niedrigen Lastgrenzen führen. Pumpen und Lüfter, die laufen, wenn sie nicht benötigt werden, weisen eine unnötig hohe Verschleißquote auf. Schlimmstenfalls müssen sie frühzeitig ersetzt werden. Das lastabhängige Temperatur-Monitoring des M-Tec-Systems ermöglicht die Steuerung der Transformatoren-Temperaturen in den geforderten Grenzen bei gleichzeitiger Reduzierung der Lüfter- und Pumpenlaufzeiten. Mit der zusätzlichen Lastwechselschaltung werden die einzelnen Lüfter gleichmäßig belastet. Die komplette Temperatur- und Lüftersteuerung geschieht auf Basis der bewährten Algorithmen der IEC und ANSI-Standards. Die Lebensdauer ihres Transformators hängt maßgeblich von der thermischen Alterung der Isolationsmedien ab. Das M-Tec berechnet Ihnen die prozentual verbrauchte Lebensdauer. Am Gerät sind die wichtigsten Funktionen wie Power, Alarm, Trip, Error und der Betriebszustand der einzelnen Lüftergruppen auf einen Blick anhand der LEDs erkennbar. Das übersichtliche zentrale Display zeigt je nach Menüpunkt alle Geräteinformationen für Betrieb und Programmierung des M-Tec-Systems. Mit Hilfe der rechts neben dem zentralen Display angeordneten Cursor-Tasten ist die Navigation durch die einzelnen Menüs ein Kinderspiel. Intuitiv steuern Sie durch die einzelnen Funktionsbereiche. Je nachdem welchen Sensor Sie für die Messung der Top-Öltemperatur verwenden, die Eingangs-Parametrierung ist frei wählbar. Auch die Ausgänge des M-Tec sind frei einstellbar. Wollen Sie später ein anderes Gerät anschließen, einfach den Ausgang neu parametrieren. Die einzelnen Schaltkontakte können Sie derart konfigurieren, dass sie entweder der Öl oder der Wicklungstemperatur zugeordnet sind. Darüber hinaus können Sie jede Lüftergruppe manuell schalten. Für die genaue Vorhersage künftiger Temperaturspitzen ist die präzise Kenntnis der Vergangenheit zwingend erforderlich. Im Menüpunkt Peak Value finden Sie die komfortable Variante eines mechanischen Schleppzeigers. Minimal- und Maximalwerte der Öl- und Wicklungstemperatur und der maximale Laststrom werden aufgezeichnet und angezeigt. Und wenn Sie wissen wollen, was Ihr Transformator die letzten Monate gemacht hat, M-Tec verrät es Ihnen mit seiner Data-Logging-Funktion. Einfach die Daten mit einem PC herunterladen. Die komfortable, Windows-basierte Software erlaubt es sämtliche Einstellungen des M-Tec auch über einen Remote-PC entfernt vom Transformator vorzunehmen. Durch Andocken eines Zusatzmoduls erweitern Sie die Funktionalitäten des M-Tec-Systems mit einem Klick um weitere Kreise für die Wicklungstemperatur und Ölstandüberwachung. Die Wicklungstemperaturmessung ist bei jenen Transformatoren wichtig, die mit einer zur Erhöhung der Belastbarkeit gedachten Kühlung ausgestattet sind. Bei solchen Transformatoren ist eine präzise Messung der Wicklungstemperatur erforderlich, um sicherzustellen, dass der Isolation nicht durch Überhitzung geschadet wird. Mit präzisem Monitoring und realistischen Betriebs- und Wartungsstrategien lässt sich die Wirtschaftlichkeit eines Transformators maximieren. Da zusätzlich die Energieversorger zur stärkeren Auslastung ihrer Systeme bei gleichzeitig geringerem Personalaufwand gezwungen sind, wird der Wandel in Richtung dieser neuen Systeme überlebensnotwendig sein. und über das Sp知 des Metiers des Proven ringing im Absatzbeitptلةirem VOLP ît Wilhelm life F Vielen Dank.